Sei mal ganz, ganz, ganz ehrlich. Es ist nicht schön, wenn jemand an dich denkt. Und du, ich hab an dich gedacht. Denn es ist so schön, wenn jemand an dich denkt. Ja, an dich. Komm an die Ahren. Dich meine ich. Genau. So, wieder zurück. Und ich wünsche dir einen guten Nachtgruß. Ich hoffe, ich hoffe, der Gruß hat dich froh gemacht. Und ich wünsche dir eine gute Nacht. Oh, shit. Untertitelung des ZDF, 2020